Hey Eintem, wartet ihr nicht mal willkommen zu einem neuen Video mit Eintem! Was geht, Alfa? Was geht, Bro? Schau dir mal an, wo wir gelandet sind. Oh Leute, hier sind richtig krasse Türme und es wird immer heftig und dann gibt es sogar später Lucky Black Turme. Oha, was geht hier ab? Ich meine Türme, genau, Eintem wird sich schon runterspringen, traust du dich? Denkst du, du schaffst es? Natürlich, let's go! Probier mal! Ich schubst einfach, das ist so unfair. Okay, nicht geschafft, Eintem und ich hab's schon geschafft. Okay, du darfst nochmal, Eintem, weil ich... Oh, Alfa, du hast es direkt geschafft, als ob, Eintem, das darf nicht wahr sein. Ja, natürlich schaff ich das. Das heißt, wir müssen jetzt fair aufteilen. So, zack, zack, jetzt haben wir beide, glaube ich, vier Lucky Blöcke. Let's go! Dann kriegen wir, Leute, immer eine Belohnung. Der, der ist von den anderen zuerst, schaffst. Also, wir haben jetzt beide einen Punkt bekommen, deswegen mussten wir fair aufteilen. Aber ich würde sagen, wir können schon zum nächsten Level rüber. Aber hier gab's nichts Krasses bei mir, nur Müll, glaube ich. Oh, das ist der Steinturm, der als nächstes kommt. Let's go! Das ist der Steinturm. Ey, das sieht ja gar nicht schwer aus, Eintem, das ist doch voll einfach. Hä, denkst du, wir haben da vorne nur ein Loch, wo wir reinspringen können? Oder? Oder das Zweierloch? Oh, das Zweierloch ist aber echt weit weg. Ich glaube, da kommen wir gar nicht rüber, oder? Ich weiß es nicht so nicht. Probier dir das Zweierloch einfach. Äintem, mach einfach, wie du denkst. Äintem, versuchst manchmal, zu gucken, ob das überhaupt möglich ist. Und... Let's go, nein! Nein! Hier, das nicht geschafft. Aber ich werde es schaffen, Leute, komm schon! Leute, wir es nicht geschafft haben. Okay, dann nochmal. Wer ist jetzt dran? Das ist richtig schwer. Komm schon, Eintem. Nein, wieder nicht! Och, Mann, Eintem, jetzt hast du einmal noch einen Feilen. Bitte Feilen, bitte Feilen, Eintem, komm schon! Nein! Das heißt, Leute, er darf die... Och, Mann, das ist doch viel einfacher. Das heißt, er darf jetzt die Kiste aufmachen. Oh, nein. Ich habe hier goldene Kisten. Du hast nur die OP-Kisten, oder was? Was? Und zwar fünf Stück davon. Was? Das ist richtig unfair. Aber ich habe ein Schwert mit 13 Detect-Avage. Guck mal, wie stark das ist. Warte, auch 13 Detect-Avage. Komm her, Alter! Warte, ich gehe zum nächsten Tour. Ich habe hier keine Zeit für dich. Hey, ich sehe nichts für mich da pleiten. Sehr gut. Leute, guck mal, wir sind jetzt hier beim Holzturm. Um was geht denn hier? Das sind irgendwelche Gitter. Warte mal. Ah, das zählt doch nicht. Alter, Alter, warte. Ich will nur kurz gucken, was das hier ist. Ach, ich glaube, das sind diese Elektrozäune hier. Aue! Die sind voll gefährlich. Okay, Ente, bist du bereit? Ich bin bereit, Alpha. Du als erster Kopf fliegt. Hey, du hast dich geschoben, Ente. Das zählt nicht. Du schubst dich auf. Und nein. Oh, du hast trotzdem fast geschöpft. Das sah krass aus. Ich probiere es nochmal, Leute. Komm schon an uns. Ah, nein. Das kann man aber schaffen, Ente. Komm schon, du bist drin. Let's go. Oh, du bist dagegen gekommen. Sehr gut. So, Leute. Aua. Oh, ich. Das geht ja auch nicht. Wenn man da Schaden kriegt vom Zaun. Das ist echt schwer. Das ist richtig schwer. Ich sage ehrlich, das ist sehr schwer, Leute. Oh, ich habe es geschafft, Alpha. Was? Bist du da durchgesprungen oder wie? Ja, klar. Hey, ein Stoppen. Okay, dann kriegt Ente wieder den nächsten Punkt. Das kriegst du. Ja, okay. Ich kriege drei Kissen. Er kriegt fünf. Ist, glaube ich, ganz okay. Okay. Heute geben wir die Items. Yeah. Hey, das ist mir das Gefühl. Geht das zurück, Alpha. Ja, okay, okay, okay. Ich weiß nicht, was alles dir gehört. Ich glaube, das auch noch. Du, Skabo, hab 25 jetzt Heck-Damage. Werde, danke. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin wanted jetzt. Leute, ich hoffe, ich kriege noch bessere Sachen, Leute. Sonst verliere ich gegen Ente. Oh nein, lass zum Koppelsturm. Turm, so. Es aktiviert, dass wir respawnen. Und jetzt, oh oh. Wir müssen durch das Feuer durch, glaube ich. Von hier kann man das nicht schaffen. Wie viel zu schwer ist, Ente. Geh mal gucken, Bro. Nein, Alpha. Ich bin gebrutzelt. Ja, oh oh. Hilfe. Sehr gut. Oh, ich glaube, hier vorne kann man durchspringen. Let's go. Oha. Yeah. First try, ich hab's. Niemals. Das, ob du das schon geschafft hast, Mann. Bitte, du musst feilen. Komm schon, Leute, feilen. Oha. Das war nicht voll. Das heißt, wir müssen wieder aufteilen. Wir kriegen gleich vier. Beide vier. Ich hab vier Stück. Aber das nächste Mal gute Lucky Block. Das sehe ich gerade. Sehr nice. Das heißt. Oh, Enderpern. Die kann ich für den Kampf gebrauchen. Den Rest aber nicht. Was kriegen wir noch, Leute? Komm schon, wir brauchen OP-Items. Oh, ich brauche Diamanten unbedingt. Dann können wir uns da was kaufen im Shop. Den Hero-Bogen ist ganz okay. Und... Oh, ich hab 20 Dias, Alter. Ich hab ein Dias. Ey, also nicht mal mir einen kaufen. Okay, du hast eine eigene. Na gut. Och, Mann, oh Leute. Ich hab echt Pech gehabt. Oha. Nein, ich brauche noch vier Diamanten für die Brustplatze. Okay. Dann holst du die jetzt hier vielleicht hier beim Diamanten. Mir gibt's, glaube ich, genug Diamanten. Ich hab jetzt die Schuhe gekauft. Nice one. Können die, Bro. Oha, das sieht ja richtig schwer aus. Was ist das hier? Ich glaub, das sind diese Stacheldrähte, wo man sich festhängen kann. Das sind Metallzäune, Alter. Da will ich nicht rein. Bitte nicht. Oha. Alter, du steckst fest. Alter. Aber warte, die sind nicht überall. Man muss einfach nur hier durch, oder? Und dann... Ja. Alter, first try. Du hast am ersten gefälligt. Nein. Ich hab's geschafft. Nein, nein. Bitte nicht. Ich muss es jetzt auch noch schaffen. Oha, du kriegst hier drei Kisten und eine von denen hier. Ich krieg fünf von denen hier, Leute. Das ist ultra gut. Let's go. Ente, du kannst das nicht mehr retten. Das ist vorbei. Komm runter, Bro. Oh, Mann. Leute. Da können wir wieder alles rausholen, Mann. Ja, wir kriegen ein Schwert. Wie stark ist das? 20 Attack Damage. Dein ist da 23, oder? Oh, Leute. 23, genau. Ähm, tut mir leid, Valentina. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur das Schwert testen. Und du hast es auch geschafft. Nice, Ente. Wir können weitergehen. Das war unfair, Alfa. Ich bin mir aber sicher, du wirst mich eh noch aufholen, Ente. Ich kenn dich. 100 Prozent. Ich mach's für ein Pferd. 26 Attack Damage-Schwert. Nein, das ist viel zu stark, Leute. Ich brauche noch steckige Rüstung. Ich hoffe, wir gewinnen hier gleich irgendwo krasse Rüstung raus. Egal, ich bin dran. Oder du bist dran. Wer will zuerst? Ich seh nicht mal das Wasser. Dann spring einfach. Wo ist das versteckt? Ich geh einfach mal gucken. Ah, da. Okay, Ente. Viel Glück. Ja, wieder First Try. Nie mal. Was? Als ob du so gut bist. Hast du gerade Cheater gemacht, oder was? Nein, jetzt wirklich nicht. Ich bin direkt drin gelandet. Let's go. Komm schon. Wirst du überhaupt das? Ja, ich hab gesagt. Was kriege ich jetzt für eine Belohnung? Let's go. Fünf Gold-Äpfel. Was würdest du kriegen? Drei Stück. Alter, kannst du dir abholen können. Mann, ich schaff's gar nicht, Alfa. Was ist denn das? Als ob du heute so ein Noob bist. Das ist doch voll einfach, Ente. Hä? Wie kommst du dagegen? Du musst einfach nur gerade runterspringen. Echt jetzt? Hä? Und? Ach so. Gut, Chef. Sehr gut. Oh, Leute. Wir haben noch drei Türme vor uns. Jetzt kommt der erste Lucky Block Turm. Oh, nein. Ich glaub, die Lucky Block Türme sind immer die schwierigsten. Den hol ich mir, Säufer. Den Sieg, let's go. Wo muss man denn? Gefällt's. Wo muss man denn hier runter? Ich hab da vorne irgendwo Wasser gesehen. Oh, wie. Aua. Wie kommt man da hin? Jetzt müssen wir erst mal wieder da hoch. Let's go. Zeig. Spawnpoint ist gesetzt. Der Checkpoint haben wir hier. Wie kommt man da runter? Das sieht mega schwer aus. Hä? Wie soll das gehen? Hey. Schon wieder gefällt. Das ist doch unmöglich, oder? Ich weiß nicht. Ey. Hast du die Lücke gefunden, oder was? Muss man dadurch irgendwie? Nein. Dann geht durch. Oh, Mann. Nur da vorne ist das Wasser. Seht ihr das? Man muss hier nur irgendwie richtig durch die Löcher durch. Oh, ich hab's fast geschafft gerade. Oh, ich auch fast. Ich hab noch ein bisschen weiter nach rechts gemusst. Wer es zuerst schafft, ente, kriegt die bessere Kiste. Nein. Aber die war es auch so knapp als um. Komm, ich wuchs nicht weg. Nein, du darfst es nicht schaffen. Ich werde es schaffen. Ja. Ich hab's, ente. Nein. Ich hab's nicht geschafft. Let's go. Oh, ich krieg kein Spectroid-Shield. Das kräft ihr aus. Was kriegst du da für du dann raus in deiner Kiste? Ähm, ente, guck lieber nicht rein, Bro. Du hast es immer noch nicht geschafft, oder was? Ich bin gerade so schlecht, warte. Häh? Gib dir Mühe, Kumpel. Du packst das, wenn du noch nicht glaubst. Ich glaub eigentlich, oh, schon wieder. Eigentlich muss ich es nicht schaffen, ente, weil ich hab eh schon die bessere Kiste. Äh, ja, Bro. Ich hab's geschafft. Schau. Oh, genau. Oh, ey. Du hast mich teleportiert. Ich hab's gesehen. Wie, Mann? Ey, du Baller-Shield, was soll ich mit dem Anfang, Mann? Ich hab ein OP-Shield, den zeig ich dir gleich. Du wirst im Kampf sehen. Und gleich gibt's noch das Finale, Leute. So, Checkpoint ist gesetzt. Let's. Wollt es wieder voll einfach raus. Guck mal. Einfach gerade runter. Ich gucke mal den Punkt, jetzt ist mein Chance. Let's go. Äh, was war das denn? Äh? Hä? Hast du gesehen? Ich bin draufgegangen. Warum? Geh mal auch gucken, ente, los. Äh, ich hab doch einen Lucky Block. Was geht, Mann? Oho. Hey. Du hast so ein Pickleppel. Unfair. Was soll das? Wow, warte mal, ich sprie einfach in das Wasser, Alfa. Ja, versuch's. Hä? Bist du auf dem Boden gelandet oder war das auch in der Luft? Das war in der Luft. Hä? Wenn ich getreuze mich, Alfa. Nein. Warte mal. Ey, das sind, glaube ich, unsichtbare Blockente. Wieso haben wir es denn jetzt da unten geschaffen? Wie unfair ist das denn? Ich probiere es mal von hier. Hä? Warte mal, Alter. Ey, wir haben es geschafft. Ich hab's aber nicht direkt geschafft. Das zählt leider nicht. Wieso zählt das nicht? Weil ich erst auf dem Boden aufgekommen bin, das hat gebacken. Ah, ich hab's echt geschafft. Hey, wie? Du musst aus die Spahnblöcke fliegen, Alfa. Hey, aber es sind überall welche. Warte mal, Leute. Ich will das unbedingt schaffen. Komm schon, das muss noch möglich sein. Geh einfach hier durch. Hey, kommen wieder die Blöcke. Du musst in Richtung Kiste fliegen und dann ins Wasser. So geht das ganz einfach. Und? Ach, jetzt war ich zu weit weg. Ich sag euch ehrlich, Leute. Das ist ein echt schwieriges Level. Und? Ach, Mann. Komm schon, das muss doch möglich sein. Oh, ich komme schon wieder im Blöcke, oder? Ja. Du bist zu weit in der Mitte, Alfa. Erst zum Schluss ins Wasser. Leute, das geht nicht. Ich sag dir ehrlich, das geht... Wow, ich bin Profi. Das hast du doch gesehen. Ich glaube, ich geb hier auf. Ich krieg jetzt eh die schlechtere Kiste. Ist okay. So, und? Komm schon, jetzt vielleicht. Ach, Mann. Eigentlich will ich jetzt für die Zuschauer schaffen. Komm schon. Leute, das ist echt schwer. Ich sag ehrlich. Jetzt aber, Leute. Jetzt schaffen wir es. Ich geb niemals auf. Vielleicht hab ich den Dreh raus. Und? Das war ganz knapp, Leute. Jetzt muss aber möglich sein. Und? Ach, Mann. Leute, ich sag euch ehrlich. Ich glaub, das wird nix. Das ist mir viel, viel zu schwer. Vielleicht so von der Seite auch nicht. Alter, der Punkt geht eindeutig an dich. Danke dir. Du hast es schon längst geschafft. Ich muss hier immer noch tausend Versuche machen. Das geht nicht. Ja, Alfa. Jetzt hab ich sieben Lucky Blöcke bekommen. Oh, nein. Dann muss ich meine anderen Lucky Blöcke holen. Wie viele hab ich denn? Wie erst Stück hast du? Dann hol ich die jetzt ab. Let's go. Ja. Leute, da muss ich einbleiben. Ich hab's geschafft. Endlich. Viel Spektrum. Ich hab vier Stück. Das reicht mir hin zu diesen... Ich kriege ein Blöcke. Ach, Mann. Wasser. Ich will nicht Wasser. Ich will nicht nur Blöcke. Ich hab nur Crap bekommen, Mann. Das bringt mir gar nichts. Ich hab ein sechter Tank-Damage-Schwert. Oh, deine Chestnut ist kaputt. Endlich. Hey. Wir müssen zum nächsten Turm. Das ist der Spectroid-Turm. Oh, ich glaub, da muss man mit Anlauf runterspringen. Das ist echt weit weg. Wie soll man denn das schaffen? Let's go, Alfa. Ich schaff's vor dir, Alfa. Komm schon. Oha. Ich schaff's vor dir, Alfa. Ich hab's mit dem ersten Mal nicht geschafft. Nein, ganz knapp. Alfa hat's schon fast geschafft. Am Ende. Ich glaub, ich schaffe es. Ich sag ehrlich. Ich hab's geschafft. Was? Niemals, Alfa. Gib auf, Alfa. Ich hab sieben Lucky Block gehandelt. Diesmal wirst du mir niemals landen. Nein, ich muss jetzt mit deinem Job einfach geschafft. Was? Let's go. Komm schon. Ich brauch bessere Items, Leute. Nicht nur eine Waffe. Noch eine. Bitte. Ah, ihr. Ach, sieben Tag-Image. Das geht besser. Oh, Alfa. Oh, du hast es geschafft. Nice. Hol dir deine Belohnung, Alfa. Ja. Wo guckst du da hin? Hä? Du hast noch eine Kiste, Alfa. Was ging hier? Habt das auch was? Aber warum? Alter, ist doch gar nichts. Ist doch kein Turm. Oder ist hier irgendwas? Alfa. Hä? Hier ist ein unsichtbarer Turm, Alfa. Den haben wir noch nicht gesehen. Was? Wo denn? Hier. Du rückst mich an, oder? Nein, hier ist ein unsichtbarer Turm. Von wo ist der Runterspring? So, ich hab jetzt Spawnpoint gemacht. Hier muss man runter. Alter, sieht man doch fast gar nichts, Leute. Seht ihr das? Da vorne ist Wasser, okay. Dann probier ich es. Let's go. Komm schon. Das rinke ich einfach hin. Ich hab's gleich. Nein. Das rinke ich einfach hin. Let's go. Ich seh dich nicht, Alter. Wo bist du? Warte. Hä? Hä? Du bist da gelandet? Nein, die sind schon wieder uns. Ich mache Block, oder was? Bitte nicht. Ja, die platziert, Mann. Die sind überall. Ey, schon wieder. Oh nein. Nicht schon wieder so ein Level. Komm schon. Oh, da bist du. Ah, ich bin hier gelandet. Oh nein. Wieder so ein Level, Leute. Man weiß doch gar nicht, wo man hinspringen muss. Warte, ich hab eine neue Taktik. Ich brauch gar nichts, Alfa. Ich spring mal hier zur Seite. Oh, da bist du gelandet. Also, ich glaub, das Level ist Endlevel OP. Ich sag ehrlich, da bist du gelandet. Das ist wirklich einfach. Ja, das ist einfach, das ist einfach. Komm schon. Ja, ein. Ein Block hat mir gefehlt. Och Mann, komm schon. Wie bin ich grad geflogen, Leute? Oh, da waren die unsichtbaren Blöcke. Aber ja, wieder ein Block hat mir gefehlt. Ich glaub, ich hab's gleich. Man muss hier so an der Seite... Das ist so schwer. Das ist echt schwer, Alter. Aber man kann es schaffen. Ich hab's schon fast geschafft. Zweimal. Wir sind, glaub ich, diesmal viel mehr unsichtbare Blöcke. Ich glaub, ich bin schon vorbei. Ich glaub, ich bin schon vorbei. Nein. Komm schon, Leute. Ich muss es schaffen für euch. Damit wir gleich... Aua. ...das Video richtig krass beenden können. Yeah. Let's go. Was? Oha. Ich dachte, ich schaffe es nicht, Leute. Es sah gar nichts aus, als würde ich es packen. Jetzt machen wir Speedrun hier mit den Lucky Blöcken. Und zack. Endlich hab meine items. Ich bin bereit. Ich bin auch gleich bereit, Alfa. Let's go. Lucky Blöcke aufmachen. Mach die auf, Ente Gunn-Di. Ja, ich hab alle meine aufgemacht. So, ich brauch mein bestes Schwert. 20 Attack-Damage. Hier meine End-Items. Mein Bogen. Die Waffe hier. Die Waffe. Oh, Leute. Das wird sehr nice. Die Waffe haben wir auch. Da können wir auch was reinfügen. Noch mein Schild. Brauch ich Ender-Pen. Den brauch ich nicht. Da war einmal vielleicht noch ein bisschen bereit. Ich bin auch bereit, Alfa. Du wirst verlieren. Ich sag dir ehrlich. Ey, was ist ein Ringbogen-Schild der? Den hab ich gerade gezogen, Alfa. Schild für dich. Zeig dir, Alter. Dein Schutzschild bringt dir nichts. Nimm mal eine Eis-Attacke. Ja, du bist ein Gift. Sehr gut. Jetzt Bogen. Komm schon. Oh, Alter. Ich seh nix mehr. Du siehst nix, Ente. Das ist sehr gut, Bro. Halt auf jeden Fall nicht dein Schild, okay? Hä? Wo? Äh, Ente. Weg mit dem Schild. Doch, wie Alfa. Oh, das macht schon mal gut Schaden, Leute. Schnell weg hier. So. Nächsten Gold-Affel essen. Dann Ente trappen. Zack. Was? Jetzt mit dem Bogen. Komm schon. Oh, der Bogen geht durchs Schild, oder? Ey, du hast Lava-Ballons. Krass. Moment, ich glaube, es wird nur einen Kampf geben, weil ich glaube, es wird schon lange genug gehen. Oh, Ente. Nicht so nah, Bro. Chill mal. Ey, das ist OP-Gold-Affel. Oh, nein. Das ist gar nicht gut. Nein, Leute. Schnell. Nichts nach flessen. Oh, das war gerade richtig gefährlich, Ente. Dein Schmeld ist richtig stark. Ich sag ehrlich. Aber ich hab keine OP-Gold-Affel mehr. Und ich kann die Gesicht wegmachen, wenn ich dich mit dem Bogen treffe. Das muss ich eigentlich ausnutzen, Leute. Ente darf nichts sehen. Ich hab keine Pfeile mehr. Wo sind die hin? Sehr gut. Wer hat die mir gescampt? Hört sich nicht, Ente. Oder vielleicht noch ein bisschen Gift-Schaden. Ja, getroffen mit dem Gift. Oh, gar nicht gut. Du sollst doch deine Sicht wegmachen. Und jetzt Angriff. Jetzt siehst du ihn, Ente. Ey. Was? Du hast dich einfach gewandelt, als ich nicht fliege. Was? Wie kann das denn sein? Was geht, Bro? Was geht? Mach ich hier mal viel Schaden, Ente? Sag ehrlich. Ich seh nichts mehr. Ey, was ist das? Komm, ich mach dir wenig Schaden, oder? Ne, Leute. Ihr seht, wie viel der aushält. Deine Rüstung ist zu krass. Schaut euch das an, wie stark das so gewesen ist. Leute, lasst ein Abo da, falls ihr das Video gefallen hat. Schaut bei Info bei. Lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Hab ich ja so eben schon gesagt. Abonniert nicht vergessen für weitere Videos. Und dann würde ich sagen, schreibt ein Abo vorbei. Tschüss. So.